Ich würde so oft von euch gebeten, endlich eine Transformationswoche live zu machen und sie findet jetzt wirklich statt im Herbst. Und dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Was machen wir in einer Woche live, jeden Tag, von morgens bis abends, gemeinsam mit mir? Wir werden natürlich an all den Themen arbeiten, die dich im Leben blockieren und dich nicht weiterkommen lassen, die dich daran hindern, dein Glück im Leben zu erschaffen. Und natürlich schauen wir uns dann die Ebenen an. Wir haben einen Tag zum Thema inneres Kind, wir haben einen Tag zum Thema Mutter, einen Tag zum Thema deines Vaters. Und dann schauen wir uns an natürlich noch, wie stehst du als Mann oder Frau in der Welt? Wie manifestierst du und ziehst du Geld und Energie in dein Leben? Wie funktioniert die Frequenz deiner Gesundheit? Wie manifestierst du Gesundheit und wie erschaffst du glückliche Liebesbeziehungen zu dir, zu anderen Menschen oder zu den Frequenzen des Lichts, der Quelle und allem des Seins? Wie stark bist du verbunden mit der universellen Liebe? Das machen wir eine Woche lang und das machen wir mit verschiedenen Methoden. Wir werden Übungen machen, wir werden Channelings erleben. Das heißt, ich werde Lichtwelt channeln, du empfängst diese heilenden Frequenzen. Wir werden kleine Aufstellungen inzwischen reinmachen. Wir werden immer schauen, was braucht die Gruppe, was brauchst du, um dann individuell zu agieren und zu handeln, damit ihr am Ende dieser Woche sagen könnt, da sind riesige Klötze weggefallen aus meinem Energiefeld. Ich bin freier und kann mein Leben jetzt glücklicher und bestimmter nach vorne gehen. Das ist das Ziel dieser Transformationswochen und ich freue mich unendlich, wenn du dabei bist und wenn wir uns live kennenlernen und in Baden-Baden findet dieser Workshop statt. Also melde dich jetzt an für eine Woche Powerheilung. Bis bald. Wir sehen uns, die Annelie.